Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die neue Maisonette-Wohnung befindet sich in Oberhausen-Osterfeld-West. Die Wohnung wurde 1960 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Maisonette-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 88 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Maisonette-Wohnung beläuft sich auf 769 Euro. BHW Immobilien GmbH beantwortet gern Ihre Fragen. Z 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 Vielen Dank.